so was ist jetzt meine nächste aufgabe da können wir uns doch mal schön schnell locker hinreisen ist nicht verfügbar jetzt auch noch ich raste aus komm ich nicht hoch muss ich echt außen rum jungln hier ist er leider noch mit dem raum kann ich nicht ändern wie sofort alle alarmiert sind alle so lächerlich der scheiß ehrlich dass wenn die etwas gegen mich ausrichten könnten also ich bin mal gespannt was die hier zu keifen haben was er erzählt seht sie an die verräter es macht mich ganz krank wie lange ich horny gold und seine selbstgerechte art hingenommen habe wahrhaftig ihr seid ein mann mit prinzipien captain horny gold ein mann dem ich meine besten ideen anvertrauen kann glaube und wir überleben das charts mit würde und stolz das ist selbstvertrauen dass du einen plan von dem ich wissen sollte na so ist vorbei das ist wohl klar ich sage wir laufen heute nacht aus und treffen uns bei mir na gut was hast du vor die breten brachten ihre vorräte an land stimmt's wenn wir etwas pulver und kiefern pech stehlen bauen wir ein feuerschiff schicken es direkt in die blockade und sprengen sie in stücke mein gewissen ist rein gut während du das pulver besorgt beschaffe ich das kiefern pech jetzt hört sich immer nach einem guten plan an aber ich weiß nicht ob ich dem hier so gut vertrauen kann ich weiß es nicht wach mit einer attentat serie töten ok was noch wach mit einer attentat serie töten blasrohr gegen wachen einsetzen 0 von 10 na da muss ich aber erstmal einkaufen da muss ich erstmal einkaufen zielort komm laufen wir außen rum die werden mich ja jetzt nicht sofort wieder ansaugen schade dass man kein blasrohr wo man die mit gif direkt töten kann das wäre geil keine kohle mehr kein Geld muss ich alle 10 alle 10 nehmen ich darf keinen verschießen komm kauf mal ein paar rauchbäum scheiß drauf gute fortune attende oh thank you very much so dann schauen wir jetzt mal vier wachen mit einer attentat serie töten so der stift ein so das müsste ja als attentat serie reichen eigentlich das ist wahrscheinlich nicht gereicht weil ich nicht das schwerter nehmen soll darf sondern ja scheiße ey das hat auch jetzt eine attentat nein die hab ich gesehen ach man das geht mir auf den sack ey das geht mir echt auf den sack diese scheiße wie übertrieben wie übertrieben man hier nicht wegkommt ey das ist jetzt liegt er auf dem boden hier und kraxelt sich rum ach der kommt sogar auf das dach hinterher ja ich fasse es nicht attentat serie das ist ähm schwierig ich aber kriegen wir hin jetzt haben sie schwerter gezogen haben sie mich gehört jetzt wer ist eigentlich wenn ich euch mal selber kaputt schlag da unten hier nichts dagegen fang du mal mit dem da unten theater an fängst da theater an der anderen fängt da theater an du auch die letzten drei müssen sitzen 1 2 2 den letzten nehme ich eine andere damit er nicht das hinterher ist auf 2 mal auf demselben geht nicht dann beuten wir den ganzen scheiß hier noch 2 3 3 4 5 6 10 10 10 10 10 10 11 11 12 14 11 13 12 18 15 13 einmal Pulverfässer geklaut die Knarre angelegt hier everything must go und was uns da oben erwartet bestimmt wieder einer auf dem Aussichtsturm der runter ballert so Ottentatserien ein vergessen er rampt mich weg Komm, schmeiß da das Ding. Was ist denn? Ist mir jetzt egal, ich schlachte die alle so ab und das hier auch nicht. Mir ist scheißegal. Ich schnauze voll hier. Ewig rumgefummle. Ich habe mich da jetzt gesehen hier wieder. So, jetzt noch zwei Stück, dann haben wir es eh. Okay. Lauf außen rum. Lauf, lauf. Ich will nichts mit euch hier zu tun haben, ich will mich mit euch nicht streiten, also lasst mich in Ruhe, ich laufe hier direkt dran vorbei. Ich will hier oben scheiß Pulver klauen. Lauf, du der, stopp. Alarm! 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 So, soviel dazu. Es ist nur er, der mich gesehen hat hier. Was für ein Alarm, Alter, stirb. Ja, ich nehme hier meine Scheiße, die ich hier habe, meine Rauchbomben, verballe ich alle dafür, ist mir scheißegal. Ich mache jetzt alle platt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheißfaxen hier. So, und jetzt die letzten noch. So, ich muss mal ein bisschen sanfter vorgehen, weil ich habe nichts mehr an Rauchbomben. Und so was. Ich muss kurz abchecken, was hier abgeht. Nix mehr von dem Scheiß, ne, stimmt. So. Jetzt haben wir es doch schon. Oder warte mal, kann ich da einen Vierer-Attentat machen? Ausprobieren. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Habe ich mir gedacht. Er schießt auf mich. Er schießt auf mich. Und er trifft mich auch noch. Ich verstehe. Oh, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Kauelt. Ich verstehe. Genau, ich verstehe. Können Sie einen Schrauch. Ja, ich verstehe. Dann bin ich schon. Jetzt habe ich einen Schrauch. Schrauch. Jetzt ist er verschwunden. Auch nicht schlecht. Der ist auch weg. Nice. So schnell kann es gehen. Ich weiß, wie trolle ich gesehen habe. Hole ich jetzt aber nicht. Fix hier rein. Das olle Ding holen. Und dann gucken, was mein Collège sagt. Attentats-Serie. Da bin ich gerne ein bisschen zu Brain Bug für. Na gut, ich würde sagen, wir machen der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wegen Asynchron hinterher mit der Stimme. In der Aufnahme. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.